Wir haben gestern auf Facebook bereits ein Dankeschön-Video veröffentlicht, aber ich möchte euch als YouTube-Fans auch auf YouTube nochmal einen speziellen Dank aussprechen. Auf der Tuning World hatten wir so viele Besuche von Fans, wo wir Selfies gemacht haben und einen Haufen Hörsessions zusammen verbracht haben. Das fanden wir echt so cool, dass wir so viel Feedback von euch bekommen haben, dass ihr natürlich auch Autos von Opel und Ford und von allen anderen Fahrzeugen gerne hättet. Klar, das machen wir auch, alles bei Zeiten, so wie wir dazukommen. Ihr habt uns auch verraten, dass wir unsere Webseite noch ein bisschen besser erklären sollten, da werden wir auch nochmal ein Video drüber drehen. Aber trotzdem hiermit mal ein ganz fettes Danke an alle, die uns auf der Tuning World an unserem Stand besucht haben. Ein ganz krasses Dankeschön sende ich jetzt hiermit auch an mein Team, die auf der Tuning World so viel Gas geben und zwar schon vor der Messe, während der Messe und nach der Messe. Das ist so unglaublich anstrengend. Ein ganz fettes Dankeschön an die Lageristen, die im Hintergrund stehen und uns die Ware auch vorbereiten und auch wieder zurückpacken und so weiter. Der Albert hat die ganze Messe so geil organisiert, dass es so cool ankam und wirklich eine ganz, ganz geile und erfolgreiche Messe wir absolvieren durften und meine Verkäufer sind natürlich eh der Knaller. Ganz fettes Danke an euch. Voll geil finden wir es natürlich auch, dass wir Partner mit an Bord haben, die wir auch das ganze Jahr als Partner sehen und uns auf der Tuning World jetzt auch unterstützt haben. Da zählt natürlich Ground Zero dazu, Eaton zählt dazu, wir haben Pioneer mit dabei gehabt, wir haben Elektromedia mit Audison und Hertz. Der Christian Fiedler von Zenec hat uns krass unterstützt, direkt auf unserem Messestand mit dabei. Und auch der Heiko Flöscher von Alpine, euch allen vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Genug gedankt, ich gehe jetzt zurück an die Arbeit und ihr könnt euch schon mal auf die neuen Videos von unserem Golf 7 freuen, die jetzt dann online gehen.